Wir freuen uns alle, wenn es losgeht. Für mich ist das ein Rauschzustand durch und durch. Wilde WM. Dein täglicher Podcast zur Fußball-WM in Russland. Aus dem Elffreunde-WM-Quartier. Ach, was war das schön 2014. Maracaná, der goldene WM-Pokal, das Tor von Mario Götze. Und jetzt ist schon wieder WM. 2018. In Russland. Und alle fragen sich natürlich, ob Joris Jungs tatsächlich den fünften Stern holen, ob Wladimir Putin möglicherweise mit nacktem Oberkörper in die Moskauer Arena geritten kommt und wie sich die ganzen Außenseiter schlagen. Island, Saudi-Arabien, Costa Rica und überhaupt. All diese Fragen klären wir in Wilde WM, dem Audible Original Podcast aus dem Elffreunde-WM-Quartier. Den gibt's jeden Morgen von montags bis freitags bei euch im digitalen Postkasten. Und moderieren werden natürlich die bewährten Elffreunde-Koryphäen Philipp Köster, Max Dinkelacker, Jens Kirschneck und Ilja Benisch jeden Morgen, montags bis freitags auf euren digitalen Empfangsgeräten. Und natürlich bei audible.de.